Tomo hat jemanden Wannmar gesehen? Erste Runde, ja? Wannmar? 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 Leck? Ja, ich komm nicht raus. Wannmar ist bestimmt drin. Ey, Trammer! Das klingt ziemlich falsch. Das klang ganz nach Trammer. Ich steck hier fest. Alter, er ist wahrscheinlich drin. Ich steck hier fest. Was ist denn los? Was ist jemand? Warum steckst du fest? Was wolltest du machen? Ich hab nur rezitiert. Oh. So ein karl ist es. Ja, das haben wir gerade schon mal festgestellt. Ja, Mensch Leute, ich bin hier eingesperrt. Wann war es hier komisch? Ich bin mit von der Außenwelt. Wo bist du denn? Ja, das wüsstest du wohl gerne. Oh, das ist Grievous. Hallo. Hilfe! Fuck! Ich hab gerade Karl gesehen, aber der ist... Oh, der ist hinten. Was ist nun? Okay, hier draußen hat jemand einen Halt. Der ist zu nett. Draußen bestimmt. Oder wann war? Go, hast du das? Hallo? Da ist Karl! Da ist Karl! Karl und... Nee! Hä? Woah, fuck! Da ist nicht mehr. Ich seh halt nicht. Das ist mein Problem gerade. Was? Andi! Entschuldigung! Ich hab gedacht, der ist... Der hübt da hoch! Undi! Undi! Ich gelöse dich! Warte noch nicht. Obwohl... War doch noch Andi übrig. Was? Du bist doch auch ein Lacker. Manno! Ich stecke hier die ganze Runde fest! Wo waren wir? Um Gottes Willen! Nee, ich rutsche! Das liegt an der Hose! Mhm! Das liegt an Nikos Gleitgel! Was für ein Gleitgel! Ja! Das ist ein Gleitgel! Das ist ein Gleitgel! Das ist... Naturgleitgel! Ach man, ich wollte keiner schießen! Die Naturgleitgel von Axt, ne? Okay! Hey! Wer war jetzt eigentlich... Das ist Nikos persönliche Molke! Wer war jetzt der zweite Traitor? Äh, nee! Der schweigt mich! Nein! Ich war... Ach schade! Hallo! Was ich Glück gehabt, Nico! Alter! Wann ich verarsch? Wie ist das? Ach, Kevin! Wer hat die Dichtel da hochgebrochen? Andi, I'm watching you! Ich bin hinten! Komma! Oh! 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 Ja! Ja! Komma! Oh! Grievous! Ist das alles? Nee, nee! Kann man sterben! Niko! Achso, okay! Grievous ist es! Nein! Der ist hier noch tot! Okay! Ja, ich glaube wir können... Ich glaube wir können... Ich glaube wir können... Ja! Da oben! Nebst du noch? Andi! Hey! Doch! Dann dauert sich der auch ein Blutfondier! Ich glaube der ist tot! Du stirbst einfach nicht! Es geht so als sei er tot oder... Er hat wirklich Grievous ernsthaft geworfen! Ja, aber wenn Goom tot wäre! Wow! Ich hab Schaden bekommen! Irgendjemand hat gerade was nach mir geworfen! Guck mal! Wenn Goom tot wäre hätte ich doch einen Credit bekommen! Weil er ja Traitor ist! Oder Grievous! Aber da Grievous lebt! Verstehst du? Pass auf wenn du da reinfällst! Stop the Snake! Das heißt Grievous hat Goom gerade getötet! Wahrscheinlich! Grievous ist abgehauen! Ja Grievous hat Goom getötet! Grievous ist jetzt in... Ex-tötet please! Ich wollte dich retten! Was? Tötet? Ich hab dich extra in die Richtung Schwenders geschubst! Hier ist wieder GEMA-pflichtige Mucke! Wo? Ist gar keine Mucke! Hä? Doch! Das liegt doch drinnen! Aber Goom redet wirklich jetzt nicht mehr! Kennst du Mucke HD? Ist ein YouTuber! Macht, äh... Bucke! Und... Ich hab den letzten... Ich hab den... Ja, gut! Jakob ist tot! Ich bin vielleicht dafür verantwortlich! Aber... Er liegt gut! Er liegt gut! Also ich sehe... Das immer noch als Verbrechen von Grievous an! Also Grievous sagt... Er ist vielleicht tot! Nein! Er ist es vielleicht! Nein! Der ist eine Granate! Nein! Der ist eine Granate! Ich hab... Ach, ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ja! Ich hab... Ja! Ich hab... Die Stimmung brennt vielleicht! Exel! Oh! Was? Guck mal hinter dir! In dem Kanal! Da schwimmt die ganze Zeit meine Leiche! Welche? Welche? Wir nehmen! Die kommt doch die ganze Zeit vorbei! Ah, da! Jetzt kommt sie! Die fließt ja raus! Nee, das ist genial! Jetzt macht sie schon die ganze... Die sind zwar nicht auf die Konferen! Ah! Johanni! Den geht's oder? Ja! Ich hab ihn verloren! Hallo! Versteckst du hier! Alter! Niko! Nee! Nö! Pass auf! Pfff! Was ist denn hier los? Ähm... Könnt ihr mir den da bitte callen? Niko war Traitor, okay! Drama kommt hier verdästigt hin! Drama kommt hier verdästigt hin! Drama kommt hier verdästigt vor! Er hat Blut auf der... Jacke! Warum haben sie Blut auf die Jacke? Ja! Das ist bestimmt kein Stil mehr, Knall! Nein! Rang Granada! Von Disco! Hä, warum hat der eigentlich noch keiner Gung gefilmt? Weil der runtergeflossen ist hier! Der ist ins Wasser gefallen! Leute, da fließt doch ne Leiche lang! Alter, wir freust die ganze Leichen rein! Snay! Der Tick! Da ist ne Bombe hochgegangen grad! Da, da kommt wer! Da kommt wer! Snay jetzt... Dings, er hat gerade Snay gerufen! Ah, Snay ist confirmed! Ich hab Niko getötet! Ah, Snay ist confirmed! Ja, gut! Da kommt ne Leiche geflogen! Das erklärt ja vieles! Die fliegt! Wow! Alter! Ich kann sie nicht! Ich kann die scheiß Leiche? Oh ja! Ich hab sie! Goom Wars! Innocent! Oh, du hast sie gefunden! Ich hab die hier! Warte! 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 Ich kann ihn wiederholen! Warte! Da kann sie mal gestorben! Da kommt noch Leiche! Mir ist scheißegal! Ich hab was für eine! Dich du! Dich brauchen wir nicht! Ich war Angel! Ich war Angel! Achso! Du hast ihn gefunden! Das ist doch nice! Ich hab nen Goom gefunden! Oh! Ah! Scheiße! Echse! Fuck! Nein! Auf nachzuladen! Boah! Das war jetzt schlecht! Boah! Halt! Durch was bin ich denn jetzt grade gestorben? Was ist denn das Schöne? Ich? Es ist mein Teegebäck! Aber ich hab auch bei Drummergarten Luck schon und ich hab nämlich in den Moment geschossen, wo er um die Ecke gegangen ist! Ja wie gesagt, durch was bin ich denn jetzt grade gestorben? Durch die Bombe von Nico wahrscheinlich! Danke Grievous! Meiner! Die ist in der Exide selben Moment hochgegangen! Ich probier gleich auch was raus! Ja da hab ich anderthalb Minuten vorher geblendet! Weil der Sniper One-Shot ist im Kopf! Ne! Weiß ich nämlich noch nicht! Kommt auf den Kopf drauf an! So sieht das gar nicht aus! Oder wir gucken wie viele Schüsse im Kopf benötigt werden bei einer M16! Ja sowas ist äh Niklas! Das hat aber auch keiner von euch geklacht! Ich bin von euch nicht gekommen wie ich Grievous weggemacht hab! Da ist einer neben euch gestorben und da ist ein Schuss gewesen und ich bin aus der Richtung gekommen! Ich hab mir einfach nur geholfen, als er gestorben ist! Ich wollte grad sagen, wir einfach die... Fall mal Andi du bist voll an mir vorbei gehören! Ach ne schon wieder nicht! Was ist das denn? Was ist das denn? Warum musst du erst mal sehen? Nein! Guck dir weg von mir! Hat eigentlich diesmal jemand nen Counter? Oh! Ach nechse! Hä? Was ist hier los? Hä? Ach der wurde wahrscheinlich... Geteleportet! Ja daos! Hier weg! Ja wenn da steht... Ähm... Hier... Something is creating script Eros! Denk ich mir das! Eros! Eros! Eros Center! Eros! Nein! Eros Romazuki! Da wollten wir jetzt singen was! Böke ist anders! Da hab ich ne Geschichte ne! Oh nein! Ehm... Ehm... Ey! Andi! Selvo Schulter! Soll ich denn mit... Kannst du was machen? TRANSHIP! Okay! Wo der Friendship kommt? Da sind bestimmt ein paar Leute ruhig! Der ist voll auf mich gegangen grad! Alter Schwere! Kann ich ja... Kann ich ja ne Geschichte erzählen? Nein! Der ging volle Kanal auf mich! Das auch nicht! Manchmal hat den Detective! Los! Fuck! Oh da ist jemand! Andi ist dadurch gestorben! Andi ist da eingelaufen! Alter! 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 Nein! 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 Ich hab ne Leiche! Ey! Gib mir mal bitte! Passiert so! Scheiße! Wie Spaß mit Andi haben! Wow! Jemand hat auf mich geschossen! Warum bin ich hier? Ich glaub 3 mal war das! Teleportgun! Wow! Aber Andi das hat gut geklappt! Ich weiß nicht mehr die Geschichte die ich erzählen wollte! Wow! Alter Tobe! Alter Scheiße! Okay! Ich hab ne 7 HP! Irgendwas ist übel grad hoch gegangen! Und verfolgt mich! Ich ess mal los! Ey! Der drinnen ist es ist mich! Ne ich bin gerade drin aber ich trinke mir nur einen Tee! Ey! Loll! Ich hab ihn einfach mal getroffen aber der steht nicht! Huch! Ja! Alles gut! Der ist ja drin! Alter! Warte kurz! Und die AK! Und dann geht's ab! Äh was? Äh was? Warte mal! Warte mal! Oh! Äh! Äh! Ich war aber auch schwach! Ich war mir nicht sicher ob Goom jetzt als Traitor geschossen hat oder jemands Herz auf ihn geschossen hat! Deswegen hab ich erst später geschossen! Ah Goom du weißt! Ich fand das ziemlich gut dass ich mit Previous in ein Team gekommen bin! Ja! Ah Goom du weißt ich hätte nicht auf dich geschossen sogar wenn du es jetzt nicht gesagt hast jetzt mit der AK ne? Echt? Weil ich hab ja nix mitbekommen! Die haben sogar noch gesagt der ist da drin! Ja ich hab nichts mitbekommen! Ich dachte ich wäre dass der da drin ist! Und selbst! Und ich hab's ja gesagt! Selbst das braun auf dich ab geht wann war! Ja weil ich zu spät reagierte aber! Du warst! Der letzte! Ich hab's in einer der Räume gewesen! Aber man war's hinter mir! So! Sind wir da? Ich hab ja noch einen drauf! Die Pferde haben gewonnen! Wann war das schon wieder irgendein Bescheide geboren? Ja! Wann war das schon? Ziemlich! Hey! Hey! Falt Club! Runterschubs Club! Komm 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 komm! Okay runterschubsen! Okay runterschubsen! Nein! Komm 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 komm! Hey! Oh Nico ist Dete! Oh Nico Dete! Das ist schön! Hallo! 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 War's Grievous? Nein! War's Grievous? Nein! Nein! Ich hab mich hier jetzt wieder geworfen! Ehhh! Das Passwort 124! Das könnte so wie draußen gewesen sein! Los! Das sah schön aus! Das ist gut! Das ist nur schön! Oh! Das ist stronger! Er hat gebuchst! Andy konfirmt nicht! Da ist jemand gestorben und Andy konfirmt nicht! Hä? Wie ist der Kindertode? Ich sehe einer runtergeflogen! Ich hab noch gehört wie einer gestorben ist! Ja du hast mir mal runtergefallen! Was ist denn jetzt los? Ich versuchte ja gerade zu kriegen alter! Andy ist da unten im Fluss da! Ach los! Im Fluss der Zeit! Ja! Oh mein Gott! Oh Friendship! Ja! Ja! Sieht wunderschön aus! Weves du hast gesehen wie ich das nicht sein konnte! Ja! Und ich stand auch da! Also ne! Ja ja! Also Ex oder Drummer! Oder Andy? Ich stand auf der anderen Seite da! Von den! Von den! Die es geschossen haben! Oh mein Gott! Was? Alter! Wann war? Was denn? Andy! Ich hab nur daneben geschossen! Guck mal! Oder mich wieder! Nicht so gut! Macht der denn das? Wen hab ich gefunden? Ich hab wirklich Goom gefunden! Krass! Du nicht unten bei uns! Niko lebst du nur? Achso! Ich hab wieder nie geredet! Achso! Das ist Scheiße! Du darfst doch auch mit mir reden! Ja ja! Dann weißt du denn wo er ist? Der Fischer! Sicher? Der Fischer oder was? Ah! Da ist Niko! Okay! Oh ne! Ich hab schon mal überlegt! Das hauptberuflich zu machen! Ja! Der ist hier im Wasser! Achso! Das ist ein Dreißlauf! Das ist ein Dreißlauf! Das ist ein Dreißlauf! Des Lebens! Man stürmt schon wenn man runterfliegt aber die Leichen fliegt halt wieder hoch! Ja! Die spawnen dann immer wieder an die Kilo ganz oben! Ja! Andi kennst du mit der Wahrheit auch damit! Ja! Da muss man nicht lassen! So! Können wir jetzt wieder Schubskampf machen hier? Nein! Wo ich mir mal einfach mit! Niko! Das weiß ich nicht! Ich hab äh diesmal aus... Musste ich mit 4 aufnehmen! Da ist keine Zeit! Wer sonst noch ein... Wer sonst noch ein... Weil mir ist die Aufnahme kaputt gegangen! Weil meine... Anderes Aufnahme! Ah ne macht alles! Axel es liegt an dir! Ich hab aber auch keinen Timer! Hallo! Hallo! Tut mir leid! Das ist jetzt doof! Ich bin mehr Detektiv! Oh nein! Boah! Wo bin ich denn? Alter! Wo bin ich denn geflogen? Alter! Ich steh hier! Ey was ist mit mir? Bist du weggeflogen? Oh nein! Ich hab hier gerade oben drauf gestanden! Da wärst du uns nicht hingekommen! Oh nein! Hallo! Ah Johanni ist jetzt auch drauf! Hallo! 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 Oh da steht Niko! Niko wann hast du den Grappler hochgekommen? Da immer! Warum meine Grappler hochgekommen? Er mag keine Grappler hoch! Es ist nicht gut ins Wasser zu gehen oder? Was ist denn eine Spider-Man? Warte da! Kann man eigentlich auch... Achtung jetzt kommt was! Mit einem... Echse hat gerade... Was? Echse ist es! Ich hab Echse gesehen! Warte da ist es! Warte! Warte! Was hast du wieder... Ne das war Snae! Schau ich hab meine noch in der Hand! Hier guckst du! Na! Ok! Echse ist es! Ist klar! Weil ich Guma kurz vor Arsch nach... Wow! Was hab ich denn mit dir gemacht? Ich hab nichts gemacht! Du hast Wanderer schon gemacht! Wow! Danke wiedersehen! Oh was ist passiert? Unser Detektiv ist tot! Ich glaub das es Snae ist! Ich auch! Warum ich? Unser Detektiv muss tot sein! Ich hab einen Grappler hoch gefunden! Oh! Eh eh! Nicht dass ihr es lustig findent... Schau es Mal witzig! So Snaek komm doch! Wo bist Du denn Snaek! clothio index yah? Und dann guck auch wo der... Daty … Jeごrani! Ich weiß ya nicho wo das ist ja! Der hat hier... Gelegen hierdran... Ja dann geh doch mit ein Drebi Who hoch Ich bin ja schon unterwegs! Aber ich mußt einfach mal gucken wo ich mich ans apoyo! He Survivalong! Entonces einfach in die Luft. Das geht dochase! Am meisten Cabci? Ja. Ja. Bei dir. Da. Hä? Wo? Ja, ja, ja. Da oben. Da oben. Da. Ah, das war's aber. Ich glaub ich hab'n. Alter kommst du gerade hin. Normal kommst du gerade hin, du warst gleich. Nein. Nächste! Oh, was ist denn, wieso kriegt er keinen Schaden? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Er ist tot, er ist tot, er ist tot. Oh, so die Nächte füße aufm Dach. Das ist nur noch Snail, sagst du? Jaja. Nein. Was? Ich glaub der wär's. Ich glaub der wär's. Nee. Hä? Die Betrayer haben wir verdammt. Boah. Das ist nice, wo wir stellen. Ich bin ein richtiger Mann. Oh, 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 oh. Stopp! поговор departments von sowohl mit Nummern. Ich glaub wie die Frau, die bist. was sind älten die Elke im Abschluss übergesehen hat die Angelegenheiten haben ja 8.4 ja ich habe die Wortmeldung und alle kommen aber auch nicht nur mit dem aber auch noch gesagt dass Exe ist ja war nein 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 ich hatte erst mal ein ich brauche mich schon mehr bei 2 zu schadet es sei ja auch nicht die erste Karte macht war er dass das kann sein was haben wir ja aber richtig was johannin ich habe den haben wir alle oder die scheiß ping johannin hat eine scheiß ping wir haben alle so ein 60er wahrscheinlich weil es neun leute sind mein erinnert nein 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 das schmeckt mega ich hab's geschafft oh 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 ja 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 der ping steigt gerade mega mal ich bin gleich bei 200 ja ja ich ähm ok steckt immer noch ich bin angeschossen wir können die folge theoretisch jetzt beenden auch ich glaube die ist lang genug auch halt ich werde geschossen von drümer gleich werde besnipen nein ich werde nicht so johannin soll es gewesen sein ähm alter wer hat mich geschossen das ist ne alter du scheiß das geht doch nicht das geht doch nicht wer ist jetzt drama konfirm ja also ihr das geht jetzt gerade oh ja 100 bis wann war warte er ist noch oh hey ich werde angeschossen angeschlossen wir müssen die folge beenden gleich wow äh war schön das auf mich schießt wow so perfekt wir müssen die folge jetzt beenden hä nein 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 macht mal nicht vox about dann kann ich die karte direkt auswählen lego ja gut ich würd sagen tschüss tschüss tschüss